Das ist wieder ne scheiß alte Flinsel. Und wer... Oh! Achso. Ja, das ist Gangbang. Ach, leck mich, ich geh. Ja, wir gehen. Ein leerer Gang. Ein Flugzeug, ein Flugzeug! Die holen uns ab, Mann, die holen uns ab. Alter, riesige, großer Raum. Warte, die kriege ich, die will ich, die will ich. Die kommt gleich hoch. Warte, die will ich. Zieh dir das mal rein. Das ist so geil, das Video. Was? Das dahinten, siehst du das nicht? Das nutzt ihr euch? Ah ja, cool. Das kommt mal auf uns zu, ne? Das find ich grad gar nicht cool. Das ist übelst geil. Nein, ich find das grad gar nicht cool. Das ist übelst special effects. Special effects. Das sind bestimmte Haugen zombies drin. Nee, ich glaub nicht. Nico, wenn du, wenn du eine Zombie herdehst, wieso sind sie zu weit? Ich bin grad, wie gut ist der Fightler. Ich geh grad voll gut. So, lass mich wieder hoch, okay. Oh, nee. Deswegen kann man hier nachher nicht wieder hoch. Weil hier hinten die Sicherheitstür ist. Und wir müssen gleich hier hinten den Alarmer machen. Und deswegen können wir dann nicht mehr zurück. Das heißt, nochmal alles checken. Alles weg, ja. Äh, ich bin beinahe tot, ne? Warte. Warum bist du beinahe tot? Ich war unten im Smash-Bang. 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 Ja, ich mach mal. Und ich mach ein Fall. Ich mach mich gerade. Mach dich. Ich mach dich. Ich mach dich. Du ich. Ach, du scheiße, ganz isch. Das ist die ganzenande von allen Seiten, komm. Ja, nee, nee, nee. das morgen kurz neben dem Weg wer hat es noch nicht noch nicht das war sicher ein Platz jetzt ist die Frage wo uns verstecken die Situation hatte ich schon wir können uns auf dem Flugzeug draufstellen so ist es ja genau wo auch kommt einfach hinter mir und noch einmal herkommt was ist wenn wir hier drauf gehen was ist hier sei froh dass nicht von uns war ich kann dann werfen zu hohen und das lächerlich dann wäre es übelst Ego aufpassen die Füßen von den Zombies das voll eklig ja 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 oh runtergefallen ganz toll Knoppen was schön gehört genau aber da oben auf zu da und da kann uns eigentlich nicht so viel passieren oder ja aber da kommt schon von hier oben welche runtergesprungen so ich das heute kenne ja die sind noch nicht mal so doof die Macher von Left 4 Dead das ist doofe nicht? oh gut scheiße nicht so wie 2K mohaha ja warte mal habt ihr das jetzt schon aktiviert? nein gut gut dann lass mich nämlich noch mal ja erstmal reload gucken oder viel mehr ja ob es hier nicht noch irgendwelche Sachen gibt oh geil wir haben da noch Medipex der kann der Questmaster äh schon mal sich heilen wir haben da noch vier liegen weiss ich hab doch vielleicht eins gebrauchen kann und ich hol mir noch einen Molotow äh hier liegen noch zwei Rohrbomb ist besser ja so kann man nicht irgendwie auf das Fluchzeichen drauf irgendwo hier war das warte mal wenn ihr mich von hinten deckt dann nehme ich stil das Mg nein warte mal mal kurz wie kann man auch her oder kann man hierher? ja hier kann man auch noch rein Lacki kann man da rein in den einen großen nur in den riesen Dildo oder die diese diese offene hier die können oben hier auf den Laster doch schon mal so drauf hier vorne so vorne sind deckt aber ich glaube wir werden sowieso gleich auseinander laufen weil die ganzen Tanks kommen und da müssen wir sowieso gegenseitig ja ich glaube nicht dass es sich wie es wird sowieso keinen Sinn haben ja ich bin um auf den Laster drauf das ist schon mal cool das ist schon mal was dann könnt ihr da auf den Laster drauf dass ich auch so eine Knappe obendrauf oder ist nicht so eine Knappe obendrauf bei der Hälfte zwei Weiber so eine Knappe obendrauf oder hey hier ist eine Gasflasche ich lege hier mitten in Prozent eine Gasflasche okay und wo ist hier eine dann her ihr könnt mich auf einer drauf mit hier auf dem Lkw ich brauche nicht alle dahinten man kann auch nicht noch ein genau sogar drei drauf wie vorne auf der Ladefläche welche ich komme mal nicht nach der Hälfte bis hier an der Seite da über die Dinger drüber laufen wenn sie enthalten ja Puh das ist die Frage ab die muss hier zuerst auf die Ladefläche dahinten die Dinger und zu und der drüben wurde die DT 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 gelten und jetzt muss er hier über diese Beteiligung ja auch sehr gut n wie ich einfach nicht hochkommen das ist das Auto zurück wird wir hatten sich die Fragen »Wie wir es machen? und woher? und wie und warum?« »Wie und warum?« »Wep Frederick failed, dass er da schnell hoch kommt« »Wie wir hier auf dem Laster ich komme ich schnell hoch bei der Bahn 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 gehen ab okay starten wir die Aktion das ist der Kostum nun mann was du musst du heute sollte Hilfe anfordern müssen noch mal hin der Film Nein nicht Patrick Markt weil er kann nicht ganz schön das ganze Szenario um es macht die Kiki mit dir da er der Gaming Markt es ist nicht von mir ein ich bin das ist sowieso erst bei der ersten Smoker hierunter wir wollen weil sie sich anders verdient die kommen ja 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 und wer von den Storbomben ich kann man wenigstens etwas aushalten, weil die SRH hochwerten muss, ne? ich schelle rechts aus, ok? Pantha ist hier drauf, das ist das einzige, was drauf wirklich schlimm ist, ist ein Smoker da hat man wirklich ein Problem Na ja... Ich will sagen... sind sie nicht in der Nähe mit dem Moment was hat sich das da ist es geil wenn hängt Prozent sind vor Tietzwein und die Siderluftel oder hinten kommen müssen und gerade mit Spanio nennen so kann man 4 die aus wo auch mal ein der Karten ich glaube im Zweifelsfall unterstehen die Mannschaft Mokor Asyl runterziehen am besten sofort mit der rechten Maustaste wenn ihr oben einer engen der ddr in der Kiste wenn der Tank kommt nicht mehr und auch Muni noch einmal deutsch Muni er hat uns nicht mehr oben ich habe mir noch eine Rohrbombe aber das denkt schon das hat der dritte Sander er gibt schon was sie der kleine der Wohlemann das war doch fertig sehr einfach ne? gut lakri gut lacht wo ist es nun warum er eben und er bekommt noch was ich glaube da kommt noch ein Teil Prozesse auch scheiße Pipebomb hat ich habe mir auf die Saison das ist noch Prozent vom Monopo Mensch, aus dem Weg, ja. Geh weg, Eich. Weg, weg, weg. Wow, 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 wow. Ich hab keine Pinnen mehr. Eich, komm her. Wo? Komm her. Scheiße. Ich bin auf den Boden. Warte. Ah, da hiebst du ja. Hinter dir. Fuck. Ah, gut, ich hab'n Verdacht, ja. Gib mir mal Rückendeckung hier, sonst kann ich den nicht hochheben. Ja, ich versuch's. Da kommen grad extrem viele. So, hier, tu den eben hoch, ich versuch den hier. Merci. Eich, komm her. Ah, ah. Ich glaub das nicht. Oha mäßig. Keinbaum wäre nicht schlecht. Ja, braut. Das gibt glaub ich keine mehr. Ich glaube. Jo. Wo wo es diese Hand denn die ganze Zeit auf dem Sack? die 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 nächste ein genau im der patrick ist er wohl vor hier Geil, ein Nerd-Server verbindet Bei mir ist er bei der Aufnahme, ist er schon die ganze Zeit weg Von mir, das ist ganz schön krass Da ist er Da ist er Down Immer wenn ich gerade an der Gatling bin, ist er down Okay, go, 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 scheißegal Oh, wann öffnet sich die Tür und wie? Und wo? Aber wo? Wie, wo und was? Aber wo? Jetzt öffnet sie sich Hier hinten, hinten natürlich Und eigentlich bin ich gerade durch den Propeller gelaufen Ich meine Robo-Mono werfen Die sind sogar alle noch rechtzeitig eingestiegen, das gibt's ja gar nicht Oh, wer fackt? Boah Alle an Bord Hell yeah Und das in der Schwierigkeitsstufe normal, oder war das jetzt leicht? Ja Ne, ne, das war nur mal Ne, wir, die, 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 die Wir haben jetzt nicht durchgemacht Nicht? Ich hab gedacht Ich? Ich hab gedacht, das wäre die ganze Zeit leicht, deswegen Roter Baro Roter Baro Was ne Roter Baro, bitte? Na, das ist, wenn, 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 Typ die Tage, das ist Roter Baro Der, der Hey, ich bin dritter Normal, echt lol Eine Stunde und fünf Minuten Schön, schön Jetzt ist die Frage, nehmen wir mal was auf, oder? Ja, also ich hab Zeit, aber... Ich hätte auch Zeit Ne, die Problematik ist halt die andere Leute Naja, auf jeden Fall sagen wir dann schon mal für diese Folge, ciao, ciao, ne? Ja, das, das war auf jeden Fall eine coole Runde Ja, auf jeden Fall sehr, sehr cool, ja, kann man so sagen, auf jeden Fall Und, ja, ich lass jetzt noch eben die Infos durchlaufen Oh, ich helfe ihm dabei und halte ihn Oh, und sogar Lackri ist sogar besser in den Kopfschwissen Gut, wir haben 1587 Zombies getötet Yay Unverletzt, wir haben sie nur verletzt Unverletzt, ja Und ja, heißt, ähm, ja, auf Wiedersehen, bis zum nächsten Part Unverletzt